Der Kandidat hat 100 Punkte. Wenn's reicht. Wieso erkennst du mich? Déjà vu. Komm, kriegt er überhaupt noch einen hoch? Wieso? Was guckst du mich jetzt so an? Ach übrigens, wir brauchen noch Salate. Neun Stück, zum Tisch vier. Und der Weiß hat wieder sein Gebiss auf dem Po verloren. Übernimmst du? Okidoki. Und was, ich meine, was sagt euer Chef dazu, dass ihr während der Arbeitszeit Alkohol konsumiert? Das war eben der Chef. Hallo. Hallo. Untertitelung des ZDF, 2020